Ars Bruni mit Dr. Andreas Bergthaler. Herr Bergthaler arbeitet als Principal Investigator am Research Center for Molecular Medicine der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Er ist einer der führenden Experten und Expertinnen, wenn es um die Sequenzierung von Viren geht. Wir haben uns sehr lang über die epidemiologischen und virologischen Grundsatzprobleme und Grundsatzthemen von SARS-CoV-2 unterhalten, auch an ihren Schnittstellen zum rechtlichen und zum politischen. Und es sind über 100 Minuten sehr intensives Gespräch, aus dem ich vor allem zwei Dinge mitgenommen habe. Auf der einen Seite auch wieder einmal die Bestätigung, dass es in der Zusammenarbeit zwischen Expertinnen und Experten untereinander, aber auch mit dem politischen System und auch den rechtlichen Ausgestaltungen dieses politischen Systems Raum für Verbesserungen in Österreich gibt. Und auf der anderen Seite ein sehr dringender Appell, dass wir uns wirklich darauf konzentrieren sollten, in den nächsten Wochen und Monaten so viele Menschen wie möglich, so systematisch wie möglich durch Impfungen zu immunisieren. Und dass das eine Priorität im Frühsommer und Sommer diesen Jahres sein muss, damit wir den Herbst möglichst gut überstehen.